das war immer und habe auch bisher es ist hier nur das Ziel das war aber das gilt es nur Prozent zweite Weltbomba nach dem aber er ist es so gut wie bei Verschiebe spielt und hier auch muss erwarten wenn man gewendet haben kann zu antworten das ist ja zwar ein Rechner mit der Recherkolle ich habe es auch schon versucht und welche Prozent der Zeit zu gehen aber sehr interessant Steck zu machen es aber immer mehr weiter machen und das war ein Himmel wie der Tag so aussieht auch so nicht gemerkt so weit wie wenn es dunkler wird als Sonnensitzung Prozent Prozent kommt nach wie jetzt unser erstes letztes Mal Prozent Filme angucken der Video auf der die Füße genau kann man nachher machen können da hat die Füße und ich habe es jetzt nicht mehr ich bin aber kurz denke ich mir machen das Gott was angeschlossen Scheiße das ist mein Handy dann fertig ist dann der will aber schließlich mal die Akkus an ja da will man es erst mal nach wie er es dann haben sich in dieser naja muss auch nicht so aus Datenschutzgründen und abgeschüttet du dich die Mühle und selber haben auch noch nicht gesagt den Namen die dann wir auch noch ein bisschen Dauern Wolker sagen dass er auch es ist auch bis zu 50 Abo Special wo ich gerade sagen das sagen wir irgendwann mal aber das soll dann halt als Abo Special hinter auch irgendwann dient ja das ist jetzt nicht auch wie das weder keine Ideen haben für Abo Special aber das ist einfach unsere Vornamen weil Nachnamen sowieso nicht aber unsere Vornamen sind halt was besonderes was geschützt ist halt dann halt die Fresse bespust die recht mal der Billingsletzten neben mir auf dem Boden du mit deinem Gammeln hier der Name reibt sich übrigens auf den Puff in Berlin denn er ist so das sagt man Outscreen es ist Onscreen Outscreen hab ich gesagt nicht Onscreen Ach so verstehst du nicht irgendwie nur hab ich nicht verstanden den Witz ja das hat sie echt geteilt dafür muss man Galileo gucken weil die alle drei Wochen Berichte überbringen boah ich guck voll oft Galileo ich guck Galileo fast gar nicht mehr ich weiß gar nicht warum guck mal Simpsons und dann pende ich ein dann pende ich bis 10 Uhr oder so dann zog ich hm an gut da das ist so ein so wie ganz schnell drei Uhr morgens dann kriegst du keine Insel mehr aber dann schwein auch als Denk nicht oh eine Schuhe auf nach Tüttel Dütel 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 das ist ja spannend wir sind wir sind auch so gut vielleicht dunkle vielleicht einfach und ist auch als Anleger war neid so jetzt geht dann so vor mir was geschafft wird ja so war es noch weiter und dann ist der er hat da weg aber nicht weiter als hier wenn ich verleihe und so und wir schaffen auch von ihm weitgehend vorstellt Peter für viel besser haben wir uns erst jetzt jedes Mal obligatoren stellten nur Robert steht auch wenn weil ich mir zum Beispiel aus was ist nicht warum aber ich habe aus es ist hell durchleuchtet und ja klar es gibt es an die Sponsor nur bei der Zeit ich bin alles gut dann halte ich nur zu der Bundesliga Euro als Moritz direkt wird machen der Anteil der Preise was der Dreck am Stecken Prozent der Dreck so viel der Dreck am Stecken alle sagen nicht wo das ist das wird das Mal an unseres Letts Place hier mal die Ocho-Pussys gesehen auf der Prüfung doch die Bühne sind auch als wir umbeschwungiert haben sich gekleckert wobei gott du hast gekleckert, du schweig natürlich du mich auch das glaub ich dir auch schweig das ist wirklich so ein keine bösen Wörter das Spiel ist ab Null ja das guckt sich keine kleinen Kinder an weil ich genau weiß wer und es ist wenn ich mich nicht mehr geht das schon ganz anders und ich weiß zu 80 Prozent wer uns zugrunde ich kenne zwei Leute oder zwei oder drei Leute aus unserer Abonnenten nicht bei einer weiß ich was es ist ja wie er sieht haben wir diesen Dreckberg fast weg und der Einrichtung von der Maus Prozent von dem Ort da hat er sich hier keine Oktopus ist naja ein Ziel was die Oktopus ist auch verdammt noch Wurzeln aber keine Schaufel mehr aber wir haben jetzt auch wir haben es geschafft und das ist ein Ehepersteil das wir jetzt töten du verdammtes Eheper ein hinterlässt die Siebel schicken und es ist tot wir haben auch einen großen Gefallen getan ja ein Wunsch weniger ja unglaublich und wir verteidigen jetzt völlig wahllos hier auf dieser Insel oder auf die Vaterinsel und welche komische Sepplinks lalala das wird es bringen das ist voll künstlich was du gerade machst du gehst am Rand und in der Mitte was du denn nicht geh überall lang hier ja okay die werden eh nicht alle wachsen weil ich viel zu nahe aneinander stehen aber wir gucken mal welche wachsen und den Rest reißen wir ab ja wir reißen die Sepplinks ab hinten wo wir sagen einen drauf genau das sieht bestimmt geil aus wo du mal gucken welcher von wächst und da kommt ein ganz besonderer Präsidentschaft der Sepplinks ja der Wettbewerb wird übertreibt man nicht jetzt mit dem Sepplinks wir sind auch gut hoch und ich wollte heute mal mit dem Sepplinks doch 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 nach der Treppe jedoch hat er sich hier kommt die Blumenkommel ist das und wir wollten ankündigen dass wir jetzt bald die johne Videos Marker Reichter haben war natürlich ganz geschehen weil es halt unsere Anforderungen wie die US-9 für die aber bei den Abonnenten halt nachher erfreut uns immer über jeden neuen Abonnenten Prozent und über jeden Einzelnen natürlich ihr freut euch das ist wieder einer mehr als unsere Videos guckt und auch wertschätzt und hoffentlich auch schätzt wir könnten auch die Vorstunde wenn du 8 schast Prozent Arsch hast Prozent ich habe die Ausgabe so ist Arsch es hat ja nur die Ausstattung ich könnte bei jeder Rüstung machen zum Beispiel schon ich mache jetzt mal vor die Leder bringt nichts da musste gleich schon Stahl machen ja so für recht also Leder ja gut verhalten im Anschlag ist und geht ich glaube ich sage hier mit der Rüstung geht auch müsste eigentlich müsste mit Mr. Minister pass auf Wasser nach Salz das die direkt neben dem immer die Finger da an die Dämonen ist Prozent er hat er hat ein paar Prozent 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 von außen an aber dass er jetzt als sie geht wo ich da verbreitet habe aber verdammt ist ein Blitzort woher sind K Jochtes ist doch recht eindeutig es ist hier irgendwo wo müsste er sein Prozent nur Plan ganz ehrlich erstes der das immer ja gleich wir sind sicher dass das ist es wird um gar nichts um ein Schießberger den hier noch liegen hat nein er ist verkreilt mit Römer machen kräftig ist das wurde nein mit Schießberger war halt zweigleich so hier ist keiner die nächste Form aber ich fliege das ist kein blindes ist alles mutter, ich hasse die blinde fliegen, gehen wir voll um Kegs so sehr interessant worüber wir gerade reden blinde fliegen wie es heißt eigentlich blinde fliegen vorhin ist mein Scheiß fliegen hier weg, mit dem Nerven ja dann Hausfrau ja das ist doch ganz dadurch aus an den Boden würde ich auch damit auslegen, ne würde ich nicht sagen doch also das hat Boden noch warte kommen wir gleich mal ausprobieren, wenn das aussieht weil wenn das nicht aussieht, dann machen wir es nicht gut, das ist auch sehr hell, das ist doch total dumm aus hm, okay ne, das sieht nicht aus ok, musst du wissen äh, haben wir jetzt Clean Stone, haben wir jetzt Clean Stone, haben wir jetzt Clean Stone, tatsächlich wir haben Clean Stone, es ist unfucking fassbar ja und ja dieser Spruch ist patentiert haha nein das natürlich nicht, wer wisse wohl wo ich den Herr habe, der soll mich einfach mal fuck A anschreiben ja, das ist ein bisschen Sandstone, da noch ein bisschen Sandstone, hier ist alles voll mit Sandstone und der Sand geht mir gerade voll um den Klicks ja, gut möglich ja, die Wende wollten wir auch noch mit Sandstone machen, als würde der Sandstone nehmen wir hier als Sandstone so haben, die definitiv nicht reichen der Sandstone-Rome ja gut, äh ja, Sandstone-Rome, Ariston-Globlet ja, es gibt viel Sandstone, ne, also ja ja, klar ja, weiß noch vielleicht haben wir hier sogar noch was drin, dass wir aber ganz neu ist mhm, ich glaube nicht, dass wir da draußen sind ja, das ist alle oben, weil, glaube ich, noch was, muss ich mal gucken gehen, weil wir haben nur fünf Stück wie sagst du, da hab ich dir eine Stufe weckerissen was? du hast unten eine Stufe weckerissen ja, ja, hab ich, äh ja, ich bin noch mal ein bisschen Sandstone-Form muss ich die Erklärung bringen ja ähm, weiß nicht, ich sag schon mal langeweil, ne langeweil, ne langeweil, ne das ist das so, die Meereströmung das ist das denn hier das ist immer richtig geil aus was aber auf jeden Fall machen wir, das ist ein Monstervolle, ne ja, aber das kommt, pfff wann kommt das dran, ich glaube, er nimmt Parts 50 oder so ja, aber hab ich richtig Bock drauf im Moment hier ist zum Beispiel Sandstone 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 dann legt doch erstmal die Wasserfläche da aufgrund, weil er geht das schneller wie soll ich ihn noch bunt legen äh, ich mein, das Wasser wegmachen ja, wieder ringsherum, links und dann mit, äh, sagen wir mal, Erde ausführen und die Erde wieder wegmachen aber das lohnt sich doch nicht, es geht doch so viel schneller weil das würde mindestens jetzt nur Folge dauern das lohnt sich nicht ist ja gut ja, alles wird gut ja, alles wird gut alles wird gut kleiner Scream du bist kleiner als ich ja 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 noch viel kleiner ich bin 1,76 ohne Scheiß ja nee, nie im Leben doch never, ich bin 1,74 ich bin definitiv größer als du ich steht im Perso ja, im Perso steht aber auch nur Scheiß